Ja. Ja. Ja, Mama. Ja, mach ich. Nein, ich mach keine schweinischen Witze. Nein, versprochen. Nein, wirklich nicht. Du, ich, äh, ich muss Schluss machen. Ja, die, die Aufnahme, ja, die Aufnahme läuft schon. Ja, ich, ja jetzt. Okay. Ja, alles klar. Ja, mach ich. Okay, ciao. Ja, Mütter. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes, werte Freunde des fortgeschrittenen Seminichtstuns. Wir machen heute mal eigentlich gar nicht so wirklich Seminichtstun, sondern wir werden aktiv. Jawohl. Ein bisschen sinnloser Aktivismus. Beziehungsweise Aktionismus. Beziehungsweise Gedöns. Erstmal kaufen wir Level, weil wir das können. Das ist eine ganz gute Sache. Und dann habe ich in der letzten Folge ja den Grundstein gelegt für den Hybridbild. Und, ähm, na, ich lasse das Ding, lasse ich das da? Nein, lasse ich nicht. Nehme ich mit. Ähm, ja, habe den Grundstein gelegt und die Ancients jetzt soweit gelevelt, wie sie gelevelt sein sollten nach den Rules of Thumb. Nämlich Baal auf 1500, Frexworth auf 1500, Juggernaut auf 300 und Pluto ebenfalls auf 1500. Außerdem habe ich Solomon noch ein bisschen weiter hochgezogen auf 1636 inzwischen. Thusia habe ich mal so auf 50 gepackt, also viel höher sollte man mit Thusia auch nicht gehen. So 50 bis maximal Level 100 sollte man da machen. Mehr bringt doch einfach nichts. Kurz zur Erklärung, was Thusia macht. Plus Treasure Chest Life while Golden Clicks is Active. Also sprich, Golden Clicks macht ja, dass man pro Klick irgendwie so und so viel Prozent Gold von dem Gegner kriegt. Also wenn ich auf einen Gegner klicke, droppt er ja an sich Gold. Also wenn der stirbt, droppt er ja Gold. Und wenn ich mit Golden Clicks auf ihn draufklicke, droppt er halt so und so viel Prozent schon beim Klick von dem Gold, was er am Ende droppen würde. Das heißt, man kriegt halt einfach zusätzlich Gold. Also sagen wir mal, das sind 10 Prozent, die er pro Klick droppt. Wenn ich halt 10 Mal draufklicke, kriege ich halt 100 Prozent. Also nochmal genau die gleiche Menge, die er dann droppt, wenn er stirbt. So, als Erklärung. Und was Thusia macht, ist einfach, dass Schatztruhen mehr Leben haben. Weil Schatztruhen natürlich extrem viel Gold droppen. Gerade mit der Kombination... Welcher Engine ist denn das überhaupt? Gerade mit der Kombination... Dora ist das, ne? Ne, Dora ist das nicht. Wer ist denn das? Ach, das ist hier, warte mal, das ist ja in Wirklichkeit einer, der keine Grenze hat. Mit Mimsi, genau. Nehme ich plus so und so viel Prozent Gold vom Treasure Chests. Also droppen die halt eh schon scheiße viel. Und das mit Golden Clicks kombiniert ist natürlich relativ super. Und wenn dann aber die Truhe nach zwei Klicks stirbt in Häkchen, ist das natürlich eher unpraktisch, weil man könnte da halt viel mehr Gold rausziehen. Deswegen sagt Thusia halt, hey, wenn Golden Clicks aktiv ist, haben Schatztruhen einfach mehr Leben. Also man kriegt nicht direkt mehr Gold, aber die Schatztruhen leben halt einfach länger, sodass man durch Golden Clicks mehr Gold rausziehen kann. Sollte man aber eben nicht zu hoch ziehen, weil einem sonst, wenn die Skills aktiv sind, die Schatztruhen auch massiv aufhalten können. Also wenn ich Thusia jetzt so auf 1000 ziehe, haben die Schatztruhen halt ein Arsch voll Leben. Und sobald dann eine Schatztruhe kommt, komme ich halt gar nicht mehr weiter. Und deswegen zieht man die eigentlich nur so auf 50 bis 100 ungefähr. Ich werde das bei 50 lassen. Ich finde das jetzt auch nicht so fantastisch. Von daher bleibt das einfach mal dabei. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet. Komme ich gleich zu. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz beantworten. Ich wurde nämlich in den Kommentaren mal drum gebeten, hey, kannst du einfach mal Just for Fun, den letzten Helden kaufen? Nee, kann ich mir nämlich gar nicht leisten. Das ist mein Problem. So vielleicht Ende dieser Folge oder Anfang nächster Folge mal gucken. Oder Ende nächster Folge, je nachdem, wie weit ich den Run hier ziehe. Aber im Moment, nein, keine Chance. Sonst habe ich nicht genug Gold für, bedauerlicherweise. So, jetzt bin ich aber in der Tat skilltechnisch schon ganz gut vorbereitet. Ihr seht schon, Energize hat schon so einen kleinen Rahmen drumherum, dass Energize aktiv ist. Ich hatte das irgendwie vor Ewigkeiten, keine Ahnung, wahrscheinlich so um Folge 15 bis 20 oder so grob geschätzt, wahrscheinlich schon mal erklärt. Man kann Energize quasi doppelt einsetzen, mehr oder minder. Also man kann Energize aufladen, also man kann Energize einsetzen. Und was Energize macht, ist einfach den Effekt vom nächsten Skill, den man einsetzt, verdoppeln. Sprich, wenn ich einen Clickstorm nehme, der 10 Klicks pro Sekunde automatisch macht und ich packe da Energize drauf, dann macht es halt 20 Klicks pro Sekunde automatisch. Ja, die Sache ist, wenn man Energize auslöst und dann den Cooldown abwartet, also die 15 Minuten, die das inzwischen bei mir nur noch sind, dank Ancients, dann kann man das quasi zweimal einsetzen. Das seht ihr jetzt auch gleich. Das werde ich jetzt nämlich auch tun. Ich werde nämlich erstmal Lucky Strikes Energize und dann Clickstormen und dann mache ich hier jetzt schon mal den Farm-Mode aus und dann hauen wir jetzt erstmal Lucky Strikes rein. Ihr seht, Energize geht immer noch und dann machen wir da die ganze fröhliche Skill-Palette. Das muss auch noch mit. So, und dann machen wir erstmal nichts. Ja, dann klickt das hier nämlich ganz schön automatisch und durch den ganzen hohen Crit-Schaden, den wir machen, kommen wir hier nämlich 1a vorwärts. Das ist schon mal eine schöne Sache. So, jetzt seht ihr hier so eine kleine Kombo hochlaufen. Diese Kombo kommt von... Da... Juggernaut ist das? Genau, Juggernaut ist das. Das, der macht nämlich, naja, pro 100 Level quasi plus 1% DPS per Klick-Kombo. Das heißt, man kriegt durch die Klick-Kombo schon massiv Schaden dazu. Ihr seht ja auch, wie der Schaden hier permanent hochgeht. Und da sich eben der Standard-DPS, also die Standard-DPS von den Helden, auch auf den Klick-Schaden auswirken, ist das natürlich richtig, richtig gut. Und bringt einen richtig netten Schadens-Boost, der sogar, je nachdem wie hoch man die Kombo zieht, den vom Idle-Mode übertreffen kann. Man kriegt natürlich weniger Gold, als wenn man im Idle-Mode ist. Aber der Schadenszuwachs ist natürlich trotzdem sehr, sehr interessant. Und diese Kombo kann man prinzipiell so lange halten, wie man möchte. Also solange man eben gewillt ist, zu klicken. Im Moment mache ich ja nichts. Das läuft ja hier alles durch Golden Clicks. Äh, Quatsch, durch Clickstorm. Das ist jetzt aber vorbei. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, selber zu klicken, wenn ich die Kombo weiter hochziehen will. Und das möchte ich, wenn ich ganz ehrlich bin auch. Nicht, dass ich hier irgendwie gerade wahnsinnig viel Schaden damit anrichten würde. Also ihr seht schon, wenn ich da unten klicke, passiert halt ein Scheiß. Wobei, ich kaufe mir eben ein Level dazu. Die Kombo ist übrigens relativ entspannend. Also ich, wenn ich hier jetzt relativ langsam klicke, geht die Kombo trotzdem hoch. Also die baut sich nicht so schnell ab. Warte mal, ich zeige euch mal ganz kurz, wann die sich abbaut. So. Also ungefähr, wenn man 10 Sekunden lang nicht klickt, fängt die an, sich wieder abzubauen. Das ist also sehr, sehr entspannt. Also man muss da halt nicht total seine Maus zertrümmern. Äh, viele Leute, die den aktiven Bild, beziehungsweise Hybridbild spielen, benutzen einen Autoklicker. Wo man, das ist halt ein Programm, wo man einstellen kann, dass die Maus automatisch irgendwie bis zu, keine Ahnung, wie viel Mal pro Sekunde klickt. Sprich, man muss dann nicht selber klicken. Ähm. Macht mit der Kombo natürlich erschreckend viel Sinn, weil man da eben auch einstellen kann, dass das Ding halt irgendwie 50 Mal die Sekunde klickt. Die Frage ist, ob das Spiel das dann noch mitbekommt, wirklich 50 Mal die Sekunde, aber auf jeden Fall kann man damit natürlich einiges raushauen. Und seine Maus ein bisschen schonen. Ich werde das allerdings nicht tun, denn ich habe mich von Anfang an dafür entschieden, keine weiteren Tools, Programme oder sonst irgendwas hier zuzuschalten. Äh, ich will das komplett in Häkchen Eigenarbeit machen. Von daher werde ich keinen Autoklicker verwenden, außer eben den Clickstorm, der ja aber ein Skill aus dem Spiel ist. Ja, und ich werde jetzt auch erstmal einen Deep Run machen. Sprich, ich werde einfach zusehen, dass ich hier möglichst weit komme. Also einfach mal gucken, was passiert und wo es wirklich gar nicht mehr weitergeht. Das wird sich vermutlich auch noch bis in die nächste Folge reinziehen. Müssen wir mal gucken. Es gibt letztendlich, ja, zwei, drei Gründe, warum man so einen Deep Run macht. Ich sage jetzt mal, was gegen den Deep Run spricht. Nämlich, dass es Hero Soul technisch relativ ineffizient ist. Also die Zeit, die man, also beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal sagen, was ein Deep Run überhaupt ist, falls das dem einen oder anderen nicht klar sein sollte. Ein Deep Run ist einfach, dass man nicht in seinem ungefähr optimalen Bereich ascendet, sondern dass man einfach versucht, in der Zone oder hier oben in den Leveln so weit wie möglich zu kommen. Also bis wirklich so gut wie gar nichts mehr an Fortschritt zu sehen ist und dann erst ascendet. Das hat eben den Nachteil, dass das Spiel irgendwann sehr, sehr langsam wird. Und ihr seht ja schon, in den frühen Gebieten habe ich ja die Monster quasi ständig insta-killed. Also die spawnen und sind sofort tot. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Die sterben hier erst, wenn ich entweder einen Sau oft klicke oder irgendwann mal einen Krit-Schaden treffe. Oder einen kritischen Schaden mache. Dann sind die halt mal direkt tot. Aber sonst geht da nicht so wahnsinnig viel. Auf jeden Fall kann man die Zeit eben deutlich sinnvoller verwenden, indem man an sich ascenden würde und wieder einen normalen Run machen würde. Das würde mehr Hero Souls geben als eben dieser Deep Run. Deep Run macht aber eben aus zwei beziehungsweise drei Gesichtspunkten eben doch Sinn. Zwei davon sind rein spielerisch. Zum einen gibt es Achievements, wie hier plus 5% Schaden, wenn man so eine 2200 schafft, plus 5% Schaden, wenn man so eine 2400 schafft, 2600 usw. Deswegen macht es halt Sinn, den Bonusschaden von den Achievements irgendwann sich einfach mal zu holen. Von daher ist das sinnvoll. Und zum anderen hängen bei der Quick Ascension die Menge der Hero Souls, die man bekommt, von der maximal erreichten Zone ab. Das heißt, wenn ich hier irgendwie bis 2300, 2400 gehen kann, werde ich wahrscheinlich die Hero Souls mit etwas Glück hier so über eine Million treiben können bei der Quick Ascension, müsste ich mal gucken. Also ich kann es im Moment schwer einschätzen, wäre aber durchaus möglich, dass das funktioniert. Von daher macht das zumindest bedingt Sinn. Also es ist immer noch nicht so effizient, wie wenn man einfach weiter schnelle Durchläufe machen würde und auf den Leerun verzichten würde. Aber ein klein bisschen was bringt es eben schon. Und der dritte Punkt, der für mich auch so mit Hauptausschlaggebend ist, das zu machen, ist einfach eine Motivationssache. Das hat jetzt keinen rein spielerischen Wert, ist aber, finde ich, für mich als Spieler sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich mal sehe, hey, ich komme weiter im Spiel. Ich hänge nicht immer irgendwo bei Zone 2000 rum, sondern ich komme eben auch mal 200, 300, 400 Level weiter und sehe wirklich, dass was passiert. Auch wenn dann natürlich erstmal wieder ein bisschen Ebbe ist und dann wieder so eine Durststrecke kommt. Aber zumindest sehe ich jetzt erstmal irgendwie tatsächlich einen Fortschritt. Und das finde ich schon sehr, sehr angenehm und auch sehr, sehr wichtig. Also einfach aus Motivationsgründen. Solange der neue Patch noch nicht da ist, ist das immer so eine Sache. Da freue ich mich über jedes bisschen Motivation, was ich hier irgendwie mitnehmen kann. So, wir können doch bestimmt, können wir, können doch bestimmt ja was kaufen, oder? Naja, 15 Level, das hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Aber immerhin haben wir die Klick-Kombo schon über 2000. Das ist doch auch ganz angenehm. So, und trotzdem können wir gleich wieder eine ganze Menge Skills einsetzen. Eben noch kurz, ah Mist, 10 Sekunden verpasst, aber egal. So, dann können wir nämlich gleich die ersten vier Skills nochmal einsetzen. Dann kommen wir auch gleich wieder ein bisschen schneller weiter. So, dann sind da nämlich auch schon wieder die Lucky Strikes mit bei. Mit 50% Chance auf einen kritischen Treffer und dann geht das hier doch auch schon wieder relativ zügig vorwärts. Auch natürlich noch ein Vorteil, den die Deep Runs haben. Was ich noch nicht erwähnt habe. Ist, man sieht hier schon die lustigen Geschenke unten rumflattern. Man kriegt neue Guilds, die jetzt nicht wahnsinnig viel Schadenszuwachs bringen, aber halt so ganz nett nebenbei. Nimmt man dann doch ganz gerne mal mit. So, dann können wir Oranger... Ja, jetzt ja bald mal auf 2000 ziehen. Dann kriegen wir nochmal 10-fach Bonus. Außerdem können wir uns dann in der Tat gleich Astraea leisten. Astraea... 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 Baaah. Möchte ich aber eigentlich erst kaufen, wenn ich mir Level 2000 von Oranger leisten konnte. Oh, das kann ich jetzt schon. Sehr schön. Das ist schön. Dann, ja, kaufe ich jetzt Just for Fun, weil es geht einfach mal ein Level Astraea. Einfach um es gemacht zu haben. Macht aufgrund der ganzen Guilds, die ich hier drauf habe und natürlich der 2000-Level-Unterschied oder der 1999-Level-Unterschied natürlich viel, viel weniger Schaden als Oranger. Logischerweise. Deswegen macht man das eben auch nicht. Aber, hey, ich habe sie jetzt Just for Fun gekauft, beziehungsweise nehme ich die jetzt mit. Dann haben wir auf jeden Fall alle Helden mal gekauft gehabt. Oh, und ich muss klicken, damit meine Klick-Komme hier nicht ausfällt. Das Schöne ist, um die Klick-Kombo am Laufen zu halten, muss man eigentlich gar nicht so viel selber klicken. Die Sache ist, wenn man nämlich Vagor, den Ancient of Impatience hat, also den gemaxed hat, dann senkt er ja die Cooldowns von allen Skills um 75%. Was eben auch bedeutet, dass der Cooldown von Klick-Storm relativ kurz ist. Der ist dann nämlich nur noch 2 Minuten 30, wobei der Skill ja an sich schon 1 Minute 30 läuft mit den entsprechenden Ancients. Das heißt, man muss dann quasi nur 1 Minute mit selber klicken überbrücken, bis man die Skills wieder einsetzen kann. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Da muss man auch selber gar nicht so viel klicken. So, und dann kann ich jetzt nämlich schon wieder die Skills einsetzen. So, also ich bin echt mal gespannt, wie weit ich diesen Deep Run hier ziehen kann. Mal gucken, was da so geht. Spätestens wenn Energize und, wie heißt es, Superklicks wieder bereit sind, geht er eben auch noch ein bisschen mehr. Wie ich halt überhaupt keinen Schaden mache, solange ich keinen kritischen Treffer lande. Beim kritischen Treffer aber einfach sofort die Dinger Insta kille. Das ist schon... Nun ja. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ich habe aber gerade gar kein Gehirn. Zum Aufnahmezeitpunkt gestern war ich nämlich auf einer Party. Ich schmiss mit Freunden zusammen eine fantastische 90er Party. Die war ziemlich, ziemlich fantastisch. Und ich war irgendwann ziemlich, ziemlich fertig. Ich bin auch heute immer noch ziemlich, ziemlich fertig. Also es ist jetzt fast 22 Uhr am Folgetag. Und ich bin einfach immer noch nicht so ganz durch. War ordentlich. War ordentlich. Mit viel, viel richtig schäbiger Musik. Aber auch mit viel guter Musik. Die 90er hatten ja nicht nur schlechte Popmusik und anstrengenden Eurotrans, sondern durchaus auch gute Musik. Wobei ich muss sagen, so ein Abend Eurotrans und Happy Hardcore und so war auch schon mal wieder ein Erlebnis. Also hat schon Spaß gemacht. Kann man nichts gegen sagen. War durchaus unterhaltsam. Ach genau, auf die Clans, beziehungsweise Gilden wollte ich nochmal eingehen. Nachdem ich ja letzte, vorletzte Folge, vorletzte Folge glaube ich, angekündigt habe, hey, ich werde hier halt einen Clan machen. Sobald das geht. Natürlich total viele Leute geschrieben so, hey, ja, ich will mitmachen. Ja, Leute, easy. Es gibt noch überhaupt keinen Termin, wann der Patch überhaupt kommt. Von daher bleibt erstmal abzuwarten, wann der überhaupt erscheint. Dann wurde auch ganz viel gefragt, hey, ich habe noch gar nicht Zone 1000 erreicht. Kann ich da trotzdem mit rein? Ja, muss ich gucken. Ich habe ja auch noch keine genaueren Infos darüber. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es vom Spiel aus eine Begrenzung geben wird, ab wann man überhaupt Clans beitreten kann. Also ich schätze mal, dass dieser zusätzliche Tab nicht direkt ab Level 1 da sein wird, sondern vermutlich eh erst ab, ja keine Ahnung, ich glaube die Artefakte oder so gibt es ja auch erst ab Level 200 oder so. Also da wird es vermutlich auch eine Begrenzung geben. Mal gucken, wo die liegt und ob ich dann die Begrenzung vom Spiel nehme oder ob ich da selber noch eine setze, die ein bisschen höher ist. Das hängt dann auch davon ab, ob man eben eine maximale Anzahl von Spielern im Clan haben kann oder ob das praktisch unbegrenzt ist. Wenn das begrenzt ist, werde ich natürlich schon irgendwie ein Limit setzen, dass man eine bestimmte Zone erreicht haben muss. Wenn das unbegrenzt sein sollte, dann habe ich da auch weniger Bauchschmerzen mit zu sagen, ja okay, dann meinetwegen rein, 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 rein. Also da die Grenze einfach ein bisschen niedriger anzusetzen. Aber da weiß ich eben auch alles noch nicht, also bleibt abzuwarten. So und jetzt haben wir noch 40 Sekunden, dann können wir wieder die volle Bandbreite an Skills einsetzen. Und dann schaffen wir auch ziemlich sicher Level 2200. Ihr merkt schon, ich habe heute echt Probleme mit Reden. Mein Gehirn ist echt noch nicht wieder im wirklich leistungsfähigen Modus. Ah, eine Sache, die ich ganz dringend diese Folge noch erklären möchte oder noch erwähnen möchte, ist Games Done Quick. Das ist eine Sache, die läuft nämlich nur diese Woche. Sprich, es läuft jetzt seit Sonntag und geht noch bis Samstag bzw. in den Sonntag noch mit hinein. Und Games Done Quick ist eine sehr, sehr coole Sache. Das sind sehr, sehr viele Speedrunner, die diverse Games eben speedrunnen. Und das ist halt so ein ein Wochenlanger Event auf Twitch. Link zum Kanal packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, da gibt es halt eine Woche lang Speedruns zu den diversen Spielen. Im Moment läuft gerade ein 100% Speedrun von Yoshi's Island 2, während ich aufnehme. Und ich habe mich schweren Herzens dazu entschlossen, jetzt doch eine Folge Clicker Heroes zu machen und nicht den Speedrun weiterzugucken. Wobei ich super gerne Yoshi's Island Speedrun gucke. Und da wird aber auch super viel anderer Kram mit bei sein. Also in einer Woche Dauerprogramm hat man natürlich super viel Platz für Spiele. Und das Coole an der Sache ist, man kann spenden. Also die sammeln spenden. Und die Spenden haben nicht nur den Zweck, dass man eben spendet, sondern... Yay! Level 2200! Bam! Sondern man kann einerseits, je nachdem was man spendet, nimmt man an einem Gewinnspiel mit teil. Also man kann, ich glaube, wenn man 50 Dollar oder so spendet, kann man schon an einem Gewinnspiel für eine Playstation 4 teilnehmen. Wenn man 5 Dollar spendet, schon irgendwelche Plüschtiere und Gedöns und so. Und zudem gibt es auch immer so ein bisschen Spenden-Battle, dass dann irgendwie zwei Runs zur Auswahl stehen, die irgendwann kommen. Und je nachdem, für welchen Run mehr gespendet wird, den Run gibt es dann praktisch. Und die Sache ist, die stecken die Spenden nicht komplett in die eigene Tasche, sondern die Spenden gehen komplett zu 100% an Ärzte ohne Grenzen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also selbst wenn man deren Twitch-Channel subscribt, gehen die Einnahmen von den Subscriptions zu 100% an Ärzte ohne Grenzen. Und das finde ich eben sehr, sehr cool. Und abgesehen davon, dass es auch einfach unfassbar Spaß macht zuzugucken, wenn man sich so ein bisschen für Speedruns interessiert. Und da sind jetzt halt nicht irgendwelche Pappnasen mit dabei, die sich halt hinsetzen und sagen so, ja hier, ich tue mal so, als könnte ich einen Speedrun. Nee, das sind halt wirklich Leute, die mit unter den Weltrekord halten in ihrem Spiel. Und es ist schon echt interessant zuzugucken, weil da auch manchmal Spielmechaniken bei rumkommen, wo man sich denkt, wow, okay, wie findet man so einen Glitch heraus? Und what the fuck, wie kommt man auf sowas? Und ich finde das immer sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, Link zum Twitch-Channel ist unten in der Beschreibung. Ich packe euch auch nochmal einen zweiten Link mit rein. Das ist der Timetable, wo ihr quasi komplett sehen könnt, zu welcher Zeit welche Games gespeedrunnt werden. Das kann sich natürlich immer nochmal so um ein paar Minuten verzögern. Natürlich kann man, wenn man so einen Wochenplan aufstellt, nicht immer alles hundertprozentig berücksichtigen. Da kann es natürlich immer mal irgendwie, lasst es halt nur mal technische Probleme sein, die dann fünf Minuten aufhalten und dann verzögert sich natürlich alles irgendwie. Oder ein Spiel ist mal irgendwie schneller vorbei, als das grob angesetzt ist. Aber die halten sich da schon doch dann letztendlich ganz gut an den Zeitplan. Also wie gesagt, Link zum Twitch-Channel und zum Zeitplan unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch einfach mal an. Ich finde es eine sehr, sehr coole Sache. Gar nicht mal unbedingt wegen der Spendensache, auch einfach nur so zum Zugucken. Finde ich es echt sehr, sehr interessant und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und bevor wir jetzt gleich aus dieser Folge verschwinden, setze ich hier nochmal ganz kurz die Skills ein. Bam, 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 so. Und Abfahrt. Wenn ich nur einen Skill energisen kann, also jetzt schon, die Schatztruhen halten auf, ne? Wenn ich nur einen Skill energisen kann, mache ich das in der Regel so, dass ich Lucky Strikes energise, einfach um 100% Crit-Chance zu haben. Finde ich deutlich angenehmer. Und wir kommen echt noch ganz gut vorwärts. Das ist durchaus angenehm. Ne, Schatztruhen nervt mich schon wieder so ein bisschen. Ich habe echt keinen Fan von, ne? Wir kaufen nochmal eben 100 Level Orange Egg Leather oder vielleicht auch 125. Macht ja auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ich bin echt ganz froh, dass ich Thusia nicht höher gezogen habe, sonst würden die Schatztruhen noch länger aufhalten. Jetzt gehen die Schatztruhen total schnell weg. Warum das denn? Achso, ja, weil ich ja natürlich auch 125 Level Orange haben ja wieder zugekauft habe. Ja, macht Sinn. Klingt erschreckend logisch. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, in der nächsten Folge, da wird jetzt gar nicht so ein großer Sprung dazwischen sein. Da werde ich hier einfach selber ein bisschen den Deep Run jetzt weitermachen. Und dann aber euch auf jeden Fall noch weiter in den Deep Run mit reinnehmen. Einfach mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Nur auf das Klicken zwischendrin habe ich noch nicht so richtig viel Bock, aber gucken wir mal. Gut, soll es für heute erstmal gewesen sein? Gott, wir sind ja auch schon wieder bei 26 Minuten. Wo ist das denn passiert? Ja, danke fürs Zugucken. Angenehmen Tag wünsche ich noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.